Digital Visual Interface ist eine von der Digital Display Working Group entwickelte elektronische Schnittstelle zur Übertragung von Videodaten. Im Computerbereich entwickelte sich DVI zu einem Standard für den Anschluss von TFT-Monitoren an die Grafikkarte eines Computers. Es gibt Fernseher, die über einen DVI-Eingang Signale von digitalen Quellen, etwa Computer oder DVD-Player, verarbeiten. In der Unterhaltungselektronik ist die HDMI-Schnittstelle wesentlich weiter verbreitet. HDMI ist eine Weiterentwicklung von DVI, näheres zur Abwärtskompatibilität siehe weiter unten. DVI ermöglicht die gleichzeitige Übertragung von analogen und digitalen Bilddaten. PIN-Belegung Abhängig von der PIN-Belegung eines DVI-Anschlusses kann diese analoge, digitale oder analoge und digitale Signale übertragen. Zudem können zwei digitale Signale zugleich übertragen werden, womit dann höhere Auflösungen möglich sind. Der längliche Massekontakt eines DVI-Steckers ist etwas breiter als bei einem DVI-D-Stecker, so dass ein DVI-Stecker nicht in eine DVI-D-Buchse eingesteckt werden kann, auch nicht nach Entfernen der vier Analogkontakte. Ein DVI-D-Stecker kann hingegen an eine DVI-Buchse angeschlossen werden. Nicht jede Grafikkarte oder Monitor nutzen an ihrem Anschluss die maximalen Übertragungsmöglichkeiten der DVI-Buchse aus. Zum Beispiel kann ein Monitor eine DVI-Buchse aufweisen, obwohl nur digitale Übertragung genutzt wird. Oder eine Grafikkarte kann eine Dual-Link-Buchse aufweisen, obwohl gar keine hohen Auflösungen unterstützt werden. Die DVI-Dual-Link-Buchse wird dann nur verwendet, damit alle Steckertypen passen. DVI-DVII-Kabel können digitale und analoge Signale übertragen und unterscheiden sich in der Anzahl ihrer beschalteten Steckkontakte. Ein einfaches DVI-Kabel hat 18 plus 5 Kontakte und reicht für WUX-GA-Auflösung mit 1920 x 1200 bei 60 Hertz. Kabel mit 24 plus 5 Kontakten haben zwei TMDS-Verbindungen für hochauflösende Bildschirme, beispielsweise WUX-GA, maximal 2560 x 1600 Bildpunkte bei 60 Hertz. Wenn an der DVI-Buchse der Grafikkarte ein kombiniertes Signal zur Verfügung steht, kann an dieser Buchse mit Hilfe eines rein passiven Adapters auch ein analoger VGA-Bildschirm betrieben werden. Ein solcher DVI-zu-VGA-Adapter verwendet direkt die analogen und Plug-and-Play-Signale der DVI-Schnittstelle und stellt sie gemäß dem DVI-Standard zur Verfügung. Es gibt auch Kabel, die VGA an einem und DVI am anderen Ende haben, technisch das gleiche machen, aber ein Verbindungselement einsparen. Durch die Verwendung nicht dafür vorgesehener Pins können sogar zusätzlich digitale Audiodaten über den DVI-Anschluss übertragen werden. Diese Methode wird beispielsweise bei den Dreambox-Modellen 800 8000 still angewandt, die keinen HDMI, sondern nur einen DVI-Anschluss haben. Diese Betriebsart ist vom DVI-Standard nicht vorgesehen und das Ergebnis ist kein DVI-konformes Signal. Bei HDMI 2,0 Grafikkarten mit DVI-Anschluss werden in der Regel die gleichen HDMI 2,0 Signale verwendet. Daher können 4K-Fernseher auch über den DVI-Stecker mit der Auflösung von 3840 pro 2160 angesteuert werden. DVI-D-DV-ID-Kabel können nur digitale Signale übertragen und unterscheiden sich in der Anzahl ihrer beschalteten Steckkontakte. DVI-D-Kabel haben 18 plus 1 Kontakte und reichen für WUX-G-Auflösung mit 1920 x 1200 bei 60 Hertz. DVI-D-Kabel haben 24 plus 1 Pins mit einer zweiten TMDS-Verbindung für maximal 2560 x 1600 Bildpunkte bei 60 Hertz. Im Handel befinden sich auch DVI-D-Kabel mit nur 12 plus 1 Pins. Hier werden keine DDC-Daten übertragen, sodass das Betriebssystem den Bildschirm nicht mehr automatisch erkennen kann. DVI-A-DV-IA-Kabel können nur analoge Signale übertragen. Ein DVI-A-Stecker hat 12 plus 5 Kontakte. In der Praxis wird DVI-A nur als Adapterkabel zu VGA eingesetzt. DVI-A-Kabel können auch in DVI-Anschlüssen verwendet werden, da diese ebenfalls die analoge Datenübertragung ermöglichen. Ein passiver VGA zu DVI-A-Adapter überträgt die analogen Signale der Grafikkarte über das DVI-Kabel zum Monitor. Dieser muss einen DVI-A-Eingang besitzen, damit er die Signale darstellen kann. Der passive Adapter kann also keine Analog-Digital-Wandlung des analogen VGA-Signals durchführen. Eine Qualitätsverbesserung des analogen Signals durch eine Umleitung in das digitale DVI-Kabel wird nicht erreicht. DVI-Steckverbinder Geschichte Die Digital Display Working Group war ein Zusammenschluss der Firmen Intel, Silicon Image, Compact, Fuji zu, Hewlett Packard, IBM und NEC Corporation mit dem Ziel, eine digitale Schnittstelle für den Anschluss digitaler Displays an PCs zu entwickeln. Nach der Verabschiedung der DVI-Spezifikation in der Version 1,0 im Jahr 1999 löste sich die DDWG kurze Zeit später wieder auf. Zukunft im Bereich der Unterhaltungselektronik setzt die Industrie primär auf HDMI. Einige Hersteller von DVB-Receavern und Grafikkarten übertragen neben hoch aufgelösten digitalen Videodaten auch digitale Audiodaten über die DVI-Buchse. Diese Signale sind dann mit HDMI kompatibel. DVI-D und DVI-I sind aufwärts kompatibel zu HDMI, wodurch alle DVI-D-Signale nach HDMI umgewandelt werden können. Umgekehrt lassen sich aber nicht alle HDMI-Signale nach DVI-D umwandeln, beispielsweise ist ein Kopierschutz wie HDCP bei DVI-D nur optional. Im Computerbereich soll bis 2015 der Displayport den VGA sowie die DVI-Anschlüsse, die die analoge Arbeitsweise unterstützen, ablösen und höhere Auflösungen mit einer größeren Farbtiefe ermöglichen.